Was in diesem Video passiert? Er ist hier oben. Oh mein Gott. Wie ist er durchgekommen? Guck mal, er spielt mit uns. Das sind seine einzigen Mets, glaube ich. Oh, der tut mir so leid. Eigentlich würde ich ihm ja schon gerne den Win schenken. Er droppt seine Waffen. Oh nein. Willkommen zu Waffen. Zu seiner Mets. Und heute wollten wir die nur mystischen Waffen Challenge machen. Oh ja, die hat man in der letzten Season auch gemacht. Die machen wir heute wieder. Mal gucken, ob es klappen wird. Ich weiß es nicht. Wir hoffen es. Und ja, ich würde sagen, falls ihr mich noch nicht sofort bei Support the Great, aber ich bin es ja da aber freund. Ihr müsst einfach nur Mixi-Fan geben, so wie ich gerade stehe. Und es nach 14 Tagen erneuern. Und ja, ich würde sagen, lass uns anfangen mit der ersten Runde. So, okay, erste Runde. Wir gehen zu Catty Corner, weil da gibt es direkt zwei Sachen. Und danach versuchen wir, die anderen Orte abzuklappern, wo auch noch mystische Waffen sind. Wo landest du eigentlich? Gegenüber. Jungs. Oha, Jungs, hallo. Dinger, wie viel Leben hat die Katze? Jo, what the hell, wie viel Leben hat die Katze? Jo, ich schieße jetzt rein in den Kopf, 130, 130. Ach, das ist die Dingskatze. Deswegen hat die so... Oh mein Gott, ich bin so lost. Ich habe dir das mitgebracht. Was denn? Hallo. Jett. Wann? Hast du gerade gesagt Jett, Alter? Nein. Hier hast du direkt das Erste. Und das Zweite. Es kommt nicht darauf an, dass wir 100 Kits machen, okay? Wir brauchen nur alle Dinger. Wir haben jetzt zwei von sechs. Oh, das ist explodiert. Das bin ich. Ich bin zu schnell. You want me? Oh, ich so viel Loot. Das ist geil. Ich habe noch ein goldenes... Ne, goldenes Hunting Rapper habe ich noch bekommen gerade. Ich bin's geil. Oh. Okay. Wir sind hier recht safe eigentlich. Ja, ich kann die Struppeln... Ach, diese Struppeln, ich schwöre es dir, die ist so trash. Wie ist es denn? Weg mit dir, du Loot. What? Nice. Kommen wir noch nach Fortilla überhaupt? Ich glaube nicht, dass wir da direkt hinkommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand... Gegner bringen uns die. Richtig. Okay, we good, we good. Was fehlt uns jetzt noch? Die mystische... Oder... Wie sagt man das? Mythische? Keine Ahnung. Wir sagen einfach mystische und wenn jemand das nicht passt, dann soll er rumheilen. Es fehlen mehrere Sachen auf jeden Fall. Wo könnten wir hinfliegen? Was liegt so auf der Route von einem besonderen Dings? Jesu, oder nicht? Ja. Da könnten wir auch die von... Ja. Fortilla, komm. Oh mein... Oh mein Gott. Ob das knapp war? Okay, ja, ja, ja. Wie greifen die an? Ne, das ist ja richtig toxic. Wo bist du, Schlumpf, hä? Ich sehe dich. Ah! Dich sehe ich auch. Hör auf zu schießen. Hallo. Hallo. Oh, Natter. Ich spiele wie ein Bot. Erstens, bei mir. Komm, Nosekopf. Hantic Ruffle gegen deine Schrupflinte. Ich habe eine Idee, was ich mache. Alter, hinten jetzt. Yo, wahrscheinlich beim Runterfliegen gibt er mir einen Headshot. Ich glaube, dass das zu mir geht. Er will zu mir, glaube ich. Oh. Ah, damn. Yo, als Abwehr... Ja, was ist denn das für eine Runde, Alter? Erste... Dings, ich werde vom... Ey, Alter, ich... Wie habe ich drei Kids? Ich bin ja ein... Ich bin ja ein... Mensch, der kümmert sich um dich, ne? Also habe ich dir noch was mitgebracht. Ich weiß, du bist auf Diät und so. Oh. Ich bin nicht auf Diät. Jetzt haben wir echt nur zwei Sachen, ne? Wir brauchen mehr. Wo kriegen wir den Rest her? Ey, ich frage mich wirklich, ob das ein Mythos ist. Ich bin so dumm, Alter. Ich verbrenne mich schon wieder. Oder ob das allen anderen rausgeht wie uns. Dass wir einfach keine Mads kriegen von Gegnern. Farmt die einfach alle nicht mehr? Habt ihr keinen Bock da drauf? Oder... I don't know. Junge, mein Auge ist einfach insane. Was ist das, man? What do you mean no Mads, bro? Oh, was ist das? Was ist das, was ist das in der Brücke? I don't know. Komm mal zu mir. Bleib stehen. Weißt du, müssen wir ein bisschen schneller sind. Lass doch ein... Nimmst du das mit? Ich mach kurz einen Trickshot. Jop, jop, jop. Was? Was? Ey, ich hasse die Waffe so sehr. Ich kann mit der nicht treffen, ne? Nee. Komm. Was? You got this, Bray. Ja, ja, easy. Geh du ruhig schon mal sauen. Oh mein Gott, bei mir ist wer... No way. No. Kann ich irgendwo noch reviven? Ja, ganz weit außen. Wo hat der geschossen? Hinter dir, glaub ich. Ja, irgendwo hinter mir, ne? Also, ich glaub, irgendwo hinter dir. Glaubst du auch? Irgendwo hinter mir? Also, irgendwo hinter dir. Erstmal das Reloaden. Oh, dein Blowout. Was ist das? Meine Mads, Alter. Da fehlt noch der Chak-Chak. Ja. Dann ist insane. Ist nicht irgendwo Dings? Lagerfeuer? Ah, hier ist ein Lager. Oh, no way. Digga, für 300 Holz mach ich das doch nicht wieder full. Ah. Viel zu geizig. Digga, die Gegner, ne? Falls dir aufgefallen ist. Die hatten fast alles full. An Mads. Ich hasse hier eben 3000 Mads. Was für Leute finden wir denn immer, die einfach nichts haben? Wollen wir hinjumpetten? Äh, können wir, wenn die uns nicht L2 haben. Nein, nein, machen sie nicht. Schön tief fliegen. Tiefflieger Johnny, komm, sag doch die L2 nicht. Können das gar nicht. Einer 100? Einer hat legit 1 HP. Der hintere. Oh, das kommt ans Wasser. Oh, die wollen Stru... No way. Ist er Struhde gegangen? Ja. Der andere ist bei mir, äh, Super One. Ab ihn. Wir werden runtergeschossen. Kommst du mir? Ins Wasser. Wo hat er geschossen? Er ist unter mir. Warum mit dem Green Life? Ah, ich seh ihn unter dir. Dieser Hit von mir? Mann, er kann halt einfach viel schneller schießen mit seiner Waffe. Das ist voll uncool. Da hinten kommt zwei Drops. Lass mal zu den Drops gehen, bitte. Gun, Mad Kid. Gun, Gun, Gun. Ey, hier ist irgendwie gar kein Heastuff drin. Okay, dann ist für uns noch ein Drop. Kannst du ihn holen? Ja. Was drin? Und... Mad Kid. Kannst du zu mir hier rüber yeaten? Oh, warte, 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 warte. Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Wegen Sonnen. Okay, okay, okay. Die Läden da noch drei Stück, ne? Ja. Oh, einer ist One-Shot unten. Ich hab den Chak-Chak. Die mystischen Chak-Chak. Ich hab die Tommy. No way. No, no. Oh mein Gott. Wow, shit. Ich muss wieder in die Zone. Baby, geh home, baby. Komm irgendwie hoch. Komm irgendwie hoch. Ja, ich hab keine Mets mehr. Peen, ich komm nicht hoch. Peen. Ich komme. Oh, danke. Hier, hier, hier. Ne Mets, ne Mets, ne Mets. Ja. Kannst du den Tommy droppen? Let's go. Aber was fehlt noch? Es fehlt noch eine Waffe, glaube ich. Grappler, Grappler, Grappler. Nein, die Zone kommt. Die Zone kommt. Aber du schaffst es. Der Grappler muss doch irgendwo sein. Hat der den Grappler vielleicht? Junge, Alter, mein ganzes Glowdorf. Nur mystische Waffen. Aber eine Waffe fehlt, glaube ich, oder nicht? Ja, der Grappler ist das. Der Grappler. Ich schieße ihn aus der Zone raus, okay? Okay. Er ist rausgeflogen. Nochmal, nochmal, nochmal. Wo ist er hin? Ja, der Grappler. Ja, der Grappler. Er schießt sich nach oben. Ich block ihn. Das schafft er niemals, oder? No way. Mann, der Nervenfall. Oh mein Gott. Was? Er zieht sich doch ganz oben? Er ist so weit. Der ist da, der Grappler. Ja, ich habe alle. Juhu. Mann. So. Zwei Runde, Alter. Ja, ja. Diesmal rocken wir hier. Da unten lande ich. Genauere Hunting Ruffle. Nee, ich gehe zu Tech, ich gehe zu Tech. Oh mein Gott, yes. Aber eben haben wir gewonnen. Jetzt gewinnen wir wieder. Einen habe ich. Fein. Meiner hat einfach zwei Hunting Ruffle bekommen. Lass hier reingehen. Lass einfach irgendwo reinbegeben, bitte. Ich kriege einen Anfall. Ja. Hol dir. Beides on me. Komm mal sofort, warte. Ich habe noch einen Shotgunschuss. Komm zu mir, ich block dir. Ich zipp gerade ein Bego. Das ist gut, das ist gut. Wir schaffen das. Okay, jetzt haben wir schon mal ein paar Sachen. Weg mit dir. Gott, shit on, Kid. Jetzt haben wir auch den Tresor. Und jetzt werden wir uns erstmal hier voll looten. Ich habe drei Begos dabei, ne? Das ist noch eine Scan, ne? Die kann ich nicht mitnehmen. Hab eine, hab eine. Wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen uns jetzt überlegen, wo wir am besten hingehen können. Ich würde sagen, in Richtung Lazy Lake vielleicht. Oder wie fangen die Dings ab? So, lass vielleicht, ähm... Ist nur die Frage, wo alle sein könnten. Weil die Saunen schließen sich ja jetzt. Das heißt, wir müssen ja irgendwie in die Saunen reingehen. Wir können sie abfangen. Aber wo sind die ganzen Spots? Vortilla kriegt man doch irgendwas, oder nicht? Ja, Vortilla kriegt man die... Den Chuck-Chuck. Lass da so hingehen, okay? Eigentlich haben wir die Challenge schon geschafft. Wir hatten, glaube ich, jede einzelne. Ja. Auf Highground, die kämpfen. Ich muss reinpushen. Wir kommen. Das war's. Chuck-Chuck, nehm ich mit. Auch, auch. Auch, ist hier auch? Nice. Okay. Ich nehme keine Schrupflinte mehr mit. Wir müssen weiter pushen, wenn es geht. Mach die Maschine an. Gut, wir haben jetzt, äh, vier. Fehlen noch zwei? Die Shotgun fehlt. Also dieses... Catty... Catty Corner fehlt. Ja, Shotgun, Catty Corner, der Granatwerfer. Und... Eine Sache fehlt noch. Tom... Ne, Tommy hast du. Ja, Tommy habe ich. Irgendwas fehlt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen alle haben. Okay, Gegner spottet. Combat. Mr. Mate. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Locked mit dem Launcher. Cracked. Das ist white. Holds too easy. Oha, Alter. Nice. Egal, ich habe einen Chug-Chug, war extra. Wir haben einen Chuggy, wir haben... Wir haben alle. Ich habe die... Oh, die Kitty-Schrupflinte hat gefehlt. Stimmt, die haben alles. Ja, wir haben alle. Wir haben einfach alles. Du hast die anderen Sachen, ne? Ich habe den Launcher, ja. Du hast einen Launcher, ich habe die Schrupflinte. Das müssten jetzt alle sein. Das sind... Dengstück? Yeah, yeah, wir haben alles. Juhu. Brudi. Ja, genau. Perfekt. Nein, nein, du brauchst auch was zum rotieren. Ich habe noch einen Jumppad, alles gut. Ja, ich habe drei Jumppads. Gib mir die Jumppads und nimm das mit. Perfekt. Junge, Alter, mein Loadout. Gar nicht OP oder so. Jetzt müssen wir nur noch alle killen. Gegner. 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 War gar nicht mal so schwer. Wir haben nur zwei Runden gebraucht. Wir haben einfach den richtigen Weg gewählt. Mit der Mitte und dann nach außen gehen. Es leben halt noch einfach zehn Stück. Ich sehe niemanden. Hä, wo sind die? Da hinten. Die waren im Wasser, glaube ich. Ja, ja. Da ist safe noch einer. Oder zwei. Da rechts, ja. White, 24. Nochmal 24. Nochmal 24, White. Rechts von uns. Hier, Berg. Ja, lass die einen pushen, oder? Da ist One Shot im Wasser. Hinter die Maxi. Ja, ja, habe ich gemerkt. Einer Nock. Der Arme. Auch Nock. Nice. Die anderen sind jetzt auch noch da. Ich sehe sie. Die anderen sind jetzt auch noch da. 55er Headshots. 30 Blue. Gegner, kommt schon. Gegner, kommt schon. So unfair, der Loader, leider. Auch am Berg hinten. Lass gleich einfach hochfliegen. Mann, ich will die tot haben eigentlich. Warum leben die noch? Stauben. Leute, wir sind da. Oh, niemand. Da hinten beim Drop. Was denn? Fliegen? Ja, flieg hin. Attacke. White. Let's go. So unfair, Alter. Pusche die anderen wieder davor. Das sind die letzten beiden, glaube ich. Wir können einen töten und den anderen aus der Saison rausschießen. Die ganze Zeit. Die sind noch hier unten, oder? Ah, da hinten. Vor mir, vor mir, vor mir. One shot, one shot der Hände. One, one, one. There's one. There's one. There's one. There's one HP. Willst du dein töten? Dann schießen wir meinen raus, okay? Der andere kommt zu dir. Der ist super low eigentlich. Willst du ihn rausschießen? Wenn ich darf, gerne. Ja, ja, klar. Ich komm zu dir. Ja, ich tippe nur ganz kurz mein Chagi noch mal kurz rein. Okay, wir tauschen Grablar. Rockets, Rockets vielleicht. Ich hab nur eine Kugel hier drin. Im Wasser, im Wasser. Ja, lass uns noch kurz warten, bis Saun ein bisschen kleiner ist, oder? Ja. Wir warten jetzt einfach die ganze Zeit, bis Saun ein bisschen kleiner wird immer. Und dann, ja. Ich weiß, du bist auch noch ein Ticken kleiner ist. Dann schieße ich ihn raus. Ja. Okay, er geht langsam in die Saun. Tut mir so leid, ne? Ich mach den Busch mal weg, bevor er da gleich reingeht. Dann sehe ich ihn nicht mehr. Er hat einfach keine Mets. Der wird so leiden gleich. Der Arme. Voll mobbing, Alter. Er ist unter uns. Also unter mir hier. Echt jetzt? Ja. Er ist hier oben. Oh, mein Gott. Wie ist er durchgekommen? Guck mal, er spielt mit uns. Das sind seine einzigen Mets, glaube ich. Oh, der tut mir so leid. Eigentlich will ich ihm ja schon gerne den Wind schenken. Er droppt seine Waffen. Oh, nein. Wie süß. Oh, nein. Warum? Er weiß einfach, die mystischen Waffen sind viel zu OP. Er weiß es einfach. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, du gehst nicht raus. Du fliegst raus. Ja. Ich komm mit dir. Hi. Na, wie geht's dir? Wir sterben zusammen. Ja. Yeah. Woo. Yeah, 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 yeah. Skrrr. So, okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mir natürlich sagen. Und dann hoffe ich, das ist unglaublich viel. Und dauert ein paar Sekunden. Schaut auf jeden Fall bei Pause. Bei der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Rechts kommt ihr zum letzten Video. Und links könnt ihr uns abonnieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der neuen Season. Wir haben Spaß. Und bis zum nächsten Video. Ciao.